So, äh, ich hatte auch vergessen, dass wir noch im Ladenmodus waren, hehehe, ich habe, ähm, ja, es ist jetzt Nacht gerade, da sind wir wieder, die Playlist hab ich noch mal von vorne gestartet, uah, Moment, so, jetzt kriegt meine Tastatur richtig, äh, ja, wir gehen mal kurz nach Hause, und machen das hier, auch als Schlafen benannt, äh, ich hab Angst vor Creepern, hab ich dich wieder angestellt? Ja. Alter, Shader ist schon cool, aber, äh, mit der Dunkelheit ist es so ein bisschen übertrieben, finde ich, ähm, ja. Bei mir zu Hause sieht es übrigens gerade genauso, aua, sieht es übrigens gerade genauso aus wie hier in Minecraft, das legt nämlich auch mega tolle gerade, was ich gar nicht cool finde. So, dann geht's mal weiter, ich hab mir auch gleich mal ein paar Bilder, oh, hab ich, warte mal, wie die Musik ist. Achso, ich hab auch schon was getestet, da ist die Musiker, da ist ja auch da gewesen jetzt, macht aber auch nichts. Oh, ja. Nun gut. Ich frag gar nicht erst, womit ich das verdient hab, ich mach einfach weiter. Geh da. Und dump noch mal rein. Oh. Ups, die Hacke war ein bisschen stark. Hehe, he. Oh mein Gott, ey, ich hasse Creeper, ich hasse sie einfach so sehr. Ist doch echt nicht mehr feierlich mit den Viechern. Okay, ein bisschen Erde hab's noch. Da haben wir schon ganz ein paar Erde hier hinten holen. Wir machen uns ganz kurz noch ein paar, achso, ich hab noch Sticker, das ist cool. Scharfes Glück, äh, diesmal so nett zu mir und haut nicht ab. Ja, da müssen wir jetzt hier halt mal kurz uns drum kümmern. Ich mach das mal mit Erde jetzt gerade mal zu, damit da das Schaf nicht durchmacht. Dann holen wir jetzt einfach mal. So. Da ich grad keinen Kies zahnt habe, ist das die intelligente Star-de-Beise. Er will doch noch was. Oh, man. Ah, hier ist doch Kies, das will ich denn. Hier ist doch Kies. Ja, das wäre der Erde da, ein Baum, der werde ich so oft vorbeilaufen, dass hätte ich wir noch korrigieren müssen. Ein Line-Up steht sicher, das würde ich nämlich einen von den grauen, weißen Schafen darüber machen und grau machen, aber das habe ich gerade gar nicht dabei. Naja, auch egal. Machen wir das jetzt mal da hin. Das wollen wir hier mal einen Buschen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall viel Weiz, äh, viel Zeug, deswegen muss ich mir mal das Pferd hier schnell. Wir sind auch Schafe, warum haben wir hier Schafe sind, aber wir sind auch nicht so wild. Schafe, ja, achso. Wie es sogar richtig will, weil wenn man normalerweise hier das abbaut, dann ist ja auch die Erde, das ist krass, das ist unser Weg und das ist nur noch Erde. Wenn man so ein Relaises abbauen würde, das ist hier für die Praxis nicht geil. Ist echt so wie auf dem richtigen Bauernhof, wenn du da so ein paar Häupel so stehen hast und die dann mitnimmt, weil das braucht. Bloß, dass wir gerade so viel brauchen, dass wir die alle abbauen müssen. Und oben, die nehmen wir ja nicht weg, weil oben, die sind ja Deko, deswegen nehmen wir die nicht mit. Es dauert zwar in dem Moment länger und ist eigentlich ziemlich unnötig, dass wir auch in Kisten lagern können, aber ich finde das sehr authentisch, wenn man das so lagern, deswegen mache ich das einfach mal. Ich hoffe, ihr findet euch damit zufrieden. Zurecht. Sofern wir das jetzt auch nicht brauchen. So. Guck mal her, Jolly. Warum denn so der Pferd Jolly? Ich hab keine Ahnung. Ja. 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 So. Ja. 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 Glas habe ich auch noch ein bisschen dabei und wir haben auch was gebrannt oben, das hole ich mir dann auch gleich mal. Erstmal schauen wie weit das hier reicht, sollte ja ein Stück passen. Wir wollen ja für drinnen auch noch was sehe ich gerade. Oh, wie das draußen regnet gerade. Aber erstmal so machen, dass wir für die Nacht gewappnet sind, dann tue ich mir ja auch ein Bett reinstellen und dann können wir ja auch schlafen. Alter, das ist nämlich der Taifun da draußen und ich habe das Fenster sogar offen. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade hört, so im Hintergrund so ein bisschen. So. Oh, ups, falsch. Okay, das ist alles da. Habe ich Eisen, ich habe kein Eisen dabei, das ist gerade boof. Pferd. Wie ist denn das dahinter gekommen jetzt wieder? Pferd, hallo. ... ... ... Was ist hier eigentlich? Ist alles irgendwie zerstört hier? Keine Ahnung warum. Ich meine, hier ging es ja irgendwo durch, gell? Ein Pferd nicht durch! Nein! Das ist ein Pferd nicht durch. Dann holen wir uns mal schnell ein bisschen Wolle. Von da drüben. Die das auch noch ausgleiten irgendwann. Oder Eisen holen wir mal drüben. Das ist glaube ich besser. Wir wollen einfach Eisen. Und dann Scheren draften zu können. Aua. Ich stecke jetzt aber an drin. So, das reicht. Jetzt fehlt auch noch Kies, habe ich gerade gesehen. So. Jetzt sagt der Tag. Der Tag ist fast vorbei. Haut also prima hin momentan. Loll. Bin sogar reingejunkt. Äh. Fehlt hier was? Fehlt hier was? Fehlt hier was? So. Ähm. Dann hol ich das mal rein hier. So. Wie ist das da drin? Ähm. Ich brauch die Kiste. 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 Kiste, 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 Kiste! Kistte doo too too, so. Oh, das wird der immer schlimmer. So. Wie ist das Pferd jetzt hier reingekommen? Kann man das mal erklären? Das passt nicht durch Türen durch. Wahrscheinlich nur, wenn ich drauf sitze, weil ich so fett bin. Einfach, das passt dann einfach nicht mehr. So, das Pferd brauchen wir auf jeden Fall. Das kann ich nicht in die Kiste tun. Die ganzen Erde kann man hier weg. Das brauchen wir, das hier kann weg. Dann können das da brauchen wir alles. Dann können das da und das da und das da und das da weg. Und das da und ja. Super. Aber die Öfen muss ich mir noch schnell holen von da oben. Vor es dunkel wird. Oh, komm. Hilfe. Jetzt muss es schnell gehen, weil ich muss mir noch brennen. Dann komm hier und Eisen brennen. Ja, Jodie, alles wird gut. So. Erstes Eisen. Fackeln. Fackeln. Zweites. So. So. Super. vor dass wir jetzt ein bisschen mehr als wir gebraucht haben das ist ja vollkommen egal und 1 2 3 4 3 eigentlich nur aber egal Bett, Wand, Fackeln bräuchten wir noch ein paar aber haben wir gerade auch nicht nur glas ohne ende war drinnen mit ente wäre auch komisch gewesen es geht keine ahnung war nur so ein Test so bauen wir uns hier mal hoch jetzt währenddessen huch also wie gesagt ich weiß nicht ob das funktioniert so ich hoffe es einfach weil wir das ganze Ding wieder abreißen können ist alles ein kleiner Test wird ein sehr reiches Bauernhaus kann ich auch gleich mal sagen aber das ist Ausstattung vom feinsten dann sooo sooo okay okay super genau ich überlege gerade theoretisch muss das sogar ne das kann ich auch anders machen genau so haben wir denn noch ein weißes Holz Birkenham auf jeden Fall noch siehst du da ist super äh fck nicht so rum sondern so rum oder mach ich das doch an nicht doch mach das doch so passt schon ähm Birkenholz das ist auch das ist auch das ist auch das ist auch genau sooo dann kommt hier Birkenholz drauf Und hier? Ich weiß noch echt nicht, ob das funktioniert, ob das gut aussieht, so wie ich mir das vorstelle. Warum teste ich das gerade? Das ist der Schwachsinn, wenn ich das so mache, Moment, das fällt ja gar nicht hin. Das wird nichts. Ich sehe gerade hier, habe ich irgendwas vergessen. Warum auch immer? Ich sehe gerade hier. Ich sehe gerade hier.